It's Loro, Ehrenbruder It's Loro, Becker did it gerne am deliveren. Ich glaube, ich glaube, ich finde niemanden so geil wie It's Loro. Ich glaube, wenn ich könnte, und It's Loro ist über 18, dann würde ich da... Oh! Bro, da einfach mal auf die Flasche draufschlagen. Einfach mal, boah, das ist geil. Ich würde Kevin so gerne Augenringe verpassen. Full sexual. Herzlich willkommen. Wunder, du Tramix hier. Groß, geht raus. Leute, falls ihr It's Loro nicht kennt, macht auch richtig nice Zusammenschnitte. Müsst ihr auch mal auf seinen Channel vorbeischauen. Wir müssen kurz unterbrechen für eine sehr männliche Aktion. Alright. Oh, einen Moment. Alter. Hey, now, you're an All-Star. First try. Let's go. Ach, Mann. Mein Gott, Antonia fährt so weird Auto. Ich sag's euch, wie es ist, Mann. Noch ein Schnitt. Noch ein Schnitt. Noch ein Schnitt. Und... Halt. Ups, ich bin dagegen gefangen. Wir sind still in love. Ja,'n Möchen. Ha ha, ich bin dagegen gefangen. Was? Wie ist dieser Feuer-Chatsch einfach durch? What the fuck? Pop kurz die Gap. Schön, schön, schön. Junge, wie kann man einfach als Hauptberuf Gamer sein? Und in jedem Game einfach scheiße sein? Das ist doch unverschämt. Das ist doch einfach dumm. Ja, moin. Tschöne dicke Blöcke, Bruder. Ich will nichts hören. Shut up. Oh, du fette Sau. Der andere Kevin, ja du, ist bestimmt besser. So, der Weltrekordversuch ist im vollen Gange. Dem Bruder geht es aber auch gar nicht gut. Oder dass der die ganze Zeit Snake spielt, dem geht es gar nicht gut. Guck mal, noch ist es halt nicht gefährlich. Okay, da oben haben wir einen Backup. Man muss immer einen Backup offen halten. Jetzt sind wir gefickt. Jetzt sind wir so in den Arsch gefickt. Okay, ich hab kein Problem auf mich. So Jungs, ich spiel es nicht wieder. Das ist so eine. Ich kann mich auch nicht konzentrieren im Stream. Ja. Okay, nevermind. Ich hab grad 11 Primes bekommen. Mäh. Oh, Romatra. Alter. Romatra ist ja so sauer. Romatra ist wirklich jemand. Romatra hat wirklich ein drittes Auge vom Auge machen. No joke. Romatras richtige Zyklop mittlerweile. Romatra. Du hast mich richtig sauer. Honeypoo. When you see the... Ich weiß, kann die Deutsch? Ja, die kann Deutsch. When you see this, I'm not a lauch. I have very bauch. Warum hat er auf Englisch geredet? Kann die Deutsch. Ich kann Deutsch. Tanzverbot. I can contact you as a friend. Was hat sie da auf ihrer Hand? Was ist das? Mach das weg. Mach das weg. But not more. Alter, stell dir vor, du wirst in nem Clip gefriend sound. Holy shit, man. Ich hör sie nicht. Ich hör sie nicht. Er hat's gesehen. Die Kraft sporn. Er ist hinter dir. Hinter dir. What the fuck? Das musst du besser teilen. Wieso kann man hier null dupen? Sieht er mich durch den Baum oder was? So schlecht, Alter. Medi spielt das erste Mal GTA RP. Wo ist denn jetzt dieses Krankenhaus? Kann man hier langfahren? Ist das gut? Oh ne. Ich hab eigentlich so Bock, wieder fucking GTA Roleplay zu spielen. Ich hab gestern bei Sydney reingeguckt. Oh, Digga, hab ich Bock! Du hast eine Minute Zeit, ins Wasser zu sprengen. In die Brühe hier, da hüllst du sämtliche Keimer. Wenn du hier reingehst, hast du in drei Stunden die Hochschaserei. Frankreich? Da muss man ja Französisch sprechen. Richtig. Ich hatte drei Jahre Französisch, kann kein einziges Wort mehr. Rief nach über 200 Stunden Stream. Ist der zu nah am Bürgerstein? Der ist ganz schön nah am Bürgerstein. Auf welchen chemischen Prozess ist das Rosten zurückzuführen? Oxidation. Aufstehen jetzt halt, du Arschloch! Einen Stern, der deinen Namen dreht. Scheiße, die braucht so hart Therapie. Was machen deine Keltynen? Ich habe jeden Fall verletzt. Verletzt noch niemals. Schönen Sie sich auf mein'n Mädchen bei der Liste im Frühjahr. Das ist das Liste! Ich habe ja so. Und das war ja so. Ja. Einen, ich hab. Liste, das kann man auch Du im Frühjahr. Das war ja so. Das war's mit Bob Ross. Das war's komplett mit Bob Ross. Was für eine Uhr? Ich sehe keine Uhr. Ach so, was ist das denn, Digga? Die ist aber auch echt schwer zu übersehen, die Uhr, Mann, Digga. Da hängt komplette... Ja. Was ist das mit Panzer? Was ist das, Bruder? Kann er damit zurück in die Zukunft reisen? Was ist das? Schnorchel? Schnorchel mit... Schnorchel? Ach, Mann, Digga. Von mir sind wieder nur Clips drin, wo ich wirklich dastehe wie der letzte Vollidiot. Eigentlich, Mann, ich sag's immer wieder, Chat. Guck mal. Manchmal kommen ja so Leute rein in den Chat und sagen, ha, ich hab dich in so einem Meme gesehen. Ha, ha, hi, hi, ha, ho, ho. Ich bin wirklich ein mega smarter Guy. Ich bin wirklich absolut smart und hab wirklich was am Kasten, ja? Und diese Clips repräsentieren mich kein bisschen. Schnorchel. Hä? Was wollt ihr von mir, Chat? Und aus den ganzen Filmen... Ja. Sagst du Filme oder Film? Film, ist ein Film. Ist ein Film, ne? Wer sagt ja ein Film, Alter, what the fuck? Ja, Film sagt man nicht. Film. Du machst ja das Film. Es ist ein Film. Hast dich im Urlaub angesteckt. Ne, ich hab einen Döner bestellt. Da war einfach Corona drin. Digga, da würde ich aber nicht mehr bestellen. Das ist ein Loll. Findest du Köln schön? Das ist mir viel zu klein. Ey, ich bin Berliner, Mann. Was ist Köln dagegen? Köln ist ja nicht mal ein Stadtteil von Berlin. Ah, stimmt. Also. Ja, stimmt. Haben wir über eine Million in Köln mittlerweile? What the fuck? Ich dachte immer, Köln hat keine Millionen, Leute. Hä, wie... Oh mein Gott. Eine Million, eine Hunderttausende dann mittlerweile. Wie krass. Hä, wie krass. Vielleicht überholen wir ja Berlin irgendwann, oder? Wenn ich weiter so viel fick. Egal. Findest du das Game? Ohne... Egal. Neun von zehn Sternen würde ich jetzt erst mal verteilen. Jetzt mal ganz ehrlich gefragt. Es gibt auch nicht über Umwege irgendwas, was ich pellen könnte. Und ich muss euch sagen, wenn Holle das sagt, ich glaub dem das, ne? Der ist in dieser Ernährungskacke extrem drin. Der isst viel, der macht viel, der kann viel essen. Ich glaub dem das. Also ab jetzt offiziell hört niemals auf Holle, wenn es ums Essen geht. Wirklich nicht. Okay. Das ist ja ganz schlimm. Wenn das der beste Dünner Deutschlands ist, was ist denn dann der Rest? Haben die reingeschissen ins Brot, oder was? Alter, Digga. Der Typ ist so heftig, man. Bad Lags... Bad... Bad... Blend... Bluck... Bad Chance... Luck... Bad... Blend... Bad Lend... Sch... Bad Lend Shucks, alter. Okay, Entschuldigung, Bruder. Sehr gut. Sehr gutes Video. Ne, wirklich. Immer auch Kommentar dalassen, Daumen hoch. Tut den Leuten ja auch gut, sag ich mal, ne?